So, den noch markiert, da war noch irgendwo ein Dritter. So, komm, wo ist der Dritte? Ach, das ist nur eine Waffe hier. Okay, dann schauen wir mal, wie wir hier am besten nach oben kommen. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Ja, was laberst du? Ich kläre ja schon nach oben. Wow! Ganz ruhig. Oh, da sind sogar zwei. Auch nice. So, soll ich da nach vorne gehen oder nicht? Ja, jetzt kommt der in meine Richtung, nämlich. Nicht so toll. Ah, wenn er gerade aber hier hingeht. So, und jetzt? Uiuiui. Jetzt kommt er von da. Korbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. Vamos ahora. Cambio. So, ich habe ja nur noch acht Schuss. So, jetzt springen wir hier wieder hoch. Einmal hier rum. So, wie komme ich eigentlich an dem Ding und vorbei? Könnte ich theoretisch unten durchrutschen, oder? Oh, jetzt sieht er seinen Kollegen, oder? Oh, jetzt kommt von der Seite auch noch einer. Garnicht gut. Pone mir a alguien in ese Balcón. So, jetzt kommt der hier rum. Komm und hilf mir suchen. Dann los. So, wie soll ich rum? So, wenn ich so rutsche, kann ich doch unten nachher durchkommen. Uiuiui. Ich brauche jemanden. Ja, kommt der. Genau, und jetzt. Zack, zack. So, jetzt habe ich wieder hier ein bisschen Platz von Markierungen. So, die lassen wir hier liegen. Ach, jetzt ist das hier weg. Okay. Warum das? Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. So, hier können wir die Türe aufbrechen. So, hier können wir... Ah, hier haben wir den Sicherungskasten. Ach, ich glaube, im anderen Raum. Auf der anderen Seite. So, hier haben wir nichts. Das heißt, einmal hier unten durchschauen. Okay, hier sieht es mal ganz gut aus. Ach, hier haben wir die Anlage. So, hier muss ich kaputt schießen, oder wie? Jo, passt doch. Bin doch durchgebrochen. So, hier oben ist gar keiner, oder wie? Rüttiert gerade auch ein bisschen. So, hier sind, glaube ich, nur ein paar Laser ausgegangen. Das heißt, hier gibt es noch irgendwo eine zweite Anlage. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt probieren soll, da durchzurutschen. Oh, oder so. So, oh, ist es mir hier? So, hier ist es mir hier. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jeder Mann hat seinen Preis. Ich will Information. Majid, Sadik. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nichts sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Du kriegst, Sadik. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdok. So, okay. Komm, wir können nicht dank ihrer Brille mehr auch im Dunkeln und Rauch sehen. Oh yes, nein. So, hier, zack, zack. So, holen wir mal die dicke Wumme raus. So, beide down. Irgendwas piept da. Oh je. Schneller. Irgendwie hier warten. Dann warte ich hier auch mal. Ich muss mir hier die Lage checken. Oh je. Ich habe kein Ausschalten. So, jetzt habe ich Ausschalten. Sehr schön. Zack, zack. Und bam. Wie ein Profi. Das war's. Bewegung. Wo ist der Tunnel, Nuri? Ganz nah. So, ganz nah. Na super, wir laufen durchs ganze Haus. Ah, hier unten. Hätten wir eigentlich auch noch hingehen können. Wir sind fast am Eingang. Ach, hier sind wir, glaube ich, mit dem Trikopter durch, oder? Grimm, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Nuris Privatanlegestelle. Ich kann mir da aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein, wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. So, also der und eine Waffe. Ob ich denen vertrauen kann? Ist halt auch so eine Frage. Wenn du hier raus willst, dann erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht ihr die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Gehen wir. Nicht so schnell. Na, ist so besser wie hier wieder so ein Trottel an der Wacke? Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. So, okay. Irgendwo sind doch sicherlich irgendwie... Oh, da hinten. Alter, 130 Meter muss ich mit ihm laufen. So, und wo kommt der jetzt hin? So, privates Dock erreichen. Okay, wir warten hier mal kurz. Na, jetzt kommt der in meine Richtung. Scherz, nicht so prickelnd. So, jetzt bleibt der da am Fluss stehen. So, einmal hier links herum. So, oben auf der Brücke ist keiner. So, aber so viele Leute sind ja vielleicht gar nicht. Oh, ist ja da vorne vielleicht ein paar. So, hier kommt wieder ein... Oh. Naja, ich trage halt gut. Super. Alter Falter. Hey, der ist aber schnell gestorben. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. So, warte, wir flutschen jetzt durch. Kein Bock hier, den nochmal auszuschalten. So, wo ist denn der? Also, ich seh den gar nicht. Oh, hier. So, das sollen wir lieber abballern. Vor der irgendwie dann wieder von hinten kommt. So, und jetzt den einen da dann gleich schön. Keine gute Idee. Die Kunstbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon. So, einmal haben wir den markiert. Jetzt lauft er weiter. Oh, da hinten habe ich glaube auch noch mal ein rotes Licht gesehen. Oh. So, was macht denn der da? Spurensuche oder was? So, kommen hier noch welche oder? Mal kurz die Lage checken. Okay, es kam da gar kein Sonarimpuls. Es könnte halt sein, dass am Dock halt noch welche sind. Das weiß ich jetzt halt nicht so genau. Okay, zack, 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 hier durch. So, einfach schnell ins Boot rein. Ich will Namen. Hier, hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Rim, ich schicke dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Sam, du musst da weg. Die, die sind nicht mehr weit weg. Ja, ist recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist okay. Weg da. Oh, genau. Ein Image. Vielen Dank.